Willkommen zu einer neuen Folge, Pokemon Go, beziehungsweise dreht sich es immer noch um einen, wie würde Natururin sagen, um einen verschmierten Account. Ich habe mitten in der Nacht nämlich ein Video rausgehauen, Sabrina spielt und Rams ist der Dicke. Wer das nun geguckt hat, weiß Bescheid, worum es ging. Sabrina spielt, hat ja ihren Steinzeug-Account umbenannt zu Sabrina spielt, wie auch also ihr YouTube-Account heißt. Bei mir heißt es ja Rams ist der Dicke, aber der Pokemon Go-Account hieß die ganze Zeit noch Aiwashar. Jetzt wollte ich dann sowieso das irgendwann mal umändern eigentlich, hatte schon so lange die Idee dahinter, habe gedacht, machst du, machst du nicht, keine Ahnung, ist der Bezug zu der Aiwashar-Familie nicht mehr da. Gestern habe ich mich dazu entschieden, Rams ist der Dicke draus zu machen, aber es gab Probleme, denn Rams ist der Dicke war schon vergeben. Es ging nicht, ich konnte mich nicht nennen, wie ich heiße, da es ja schon so viele dicke Ramsessen auf der Welt gibt. Deswegen gibt es heute den Teil 2, ich möchte nämlich noch ein paar Ausführungen dazu machen. Wir gucken uns nämlich mal die Kommentare an, wie ist das angekommen? Was habe ich nachhaltig mit Sabrina besprochen? Welche Vorschläge haben wir noch ausprobiert? Was geht auch nicht? Hier, Admin Legend, nenn dich auf einen von deinen Accounts Rams ist der Dichte. Hä? Aber nicht auf dem Main-Account, ne? Einfach mal um 2 Uhr nachts Video machen, wer kennt es nicht? Besser wäre vielleicht Rams ist der Dicke, ist besser als das andere, also mit Ad-Zeichen. Für alle, die es nicht wissen, ich habe jetzt Rams ist der Dicke geschrieben, normal, aber vorne dran eine Null. Durch diese Null wurde der Name akzeptiert und durch diese Null ist der Name theoretisch immer ganz oben in der Liste. Wenn man reingeht, ist das ja alles alphabetisch sortiert. Man sieht mich ganz oben, man kann mich ganz leicht jetzt sehen und finden. Manche finden das gut, da sie mich direkt im Überblick haben. Andere sagen, ja die Null, das ist doch total kacke. Deswegen Vorschläge, wie man es besser machen könnte. Rams ist der Dicke mit einem Ad-Zeichen, das merken wir uns mal. Ripp-Eiwerscharf, herzliches Beileid von mir, ich finde es cool, schreibt der Hannes. Bobo sagt Ramses XXXXL, XXXL, XXXL, XXL, XLL, M, OS auch noch, hä? Na, das... Manwir, Fitzgerald, Need Lovely. Boah, viel Glück. Der, der da ist, auch. Ich hätte das A gegen ein Ad ausgetauscht, also Ramses der Dicke, schon der Zweite, also der das vorschlägt. Merken wir uns, wie gesagt. Leon, nächstes Mal Flexstrom 2 oder Leon Burkhardt. Ja, auf jeden Fall. Ich finde es cool, dass du dich zu diesem Schritt entschieden hast. Power Raider, um 2 rausgehauen, um 5 über 60 Aufrufe. Michael S. nochmal, Ramses der Dicke. So auf die Art hätte ich es probiert, also 2 große K und eine 3 statt einem, äh... Achso, da ist ja übrigens alles groß, das I ist ja auch groß. Ramses der Dicke. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, ne? Schön die Betonung auf Dicke gelegt und Dicke schön groß und fett. Benjamin, ich dachte, da kommt sonst was. Auf jeden Fall cool, die Ramses Armee unbedingt hochziehen. In jedem Ramses Armee nennen und dann durchnummerieren. Licht und Korn, romantische Stimmung. Halte nächstes Mal ein Teelicht, dieser Clickbait-Teelicht. Dachte schon, jetzt kommt das Outing. 10, 8, du Schlawiner. The real Ramses. Da Ramses der Dicke schon weg ist, warum auch immer. The real Ramses. Aber so würden sich auch, äh, Nachahmer nennen. The real. The real Sabrina. Ramses der Dicke. Einfach das S groß machen, kommt oft einfach auf die Schreibweise an. Hm. Gute Idee mit dem Umbenennen. Okay. Vielleicht für die anderen Ramses X Soft, Ramses X Mild. Schwierig. Ich wäre ja für Ramses der Dicke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Warum hast du eine Null da gemacht? Du könntest doch einfach noch ein K dabei machen. Also Ramses der Dicke. Dann wäre es, glaube ich, besser. Also mit, mit 3 K. Gute Entscheidung. Jetzt fehlt noch Sabrina. Äh, dass Sabrina so freizügig streamt wie Ramses. Der neue Name ist doch gar nicht so schlecht. Ich finde das gut. Yeah. Ein Befürworter. Iverkitz Klein Ramses. Ich finde es gut. Jetzt hast du die Verbindung zwischen deinem Pokémon Go Account und den anderen sozialen Medien hergestellt. Glückwunsch zu diesem mutigen Schritt. Bist für mich jetzt besser zu finden. Hm. Du Schlawiner. Hast du uns in das Licht geführt? Das war sehr bewegend. Finde deine Vorschläge für die gelbe Armee gut. Fände es aber cool, wenn die blauen und roten auch einheitliche Namen hätten. Junge, bester Clickbait. Und möge der Namensdieb einen heftiger Krampf beim Scheißen bekommen. Bei den, äh, Bananen, äh, Bananen? Bei den Bahnen? Klein? Was? Ramses Klein, Ramses Mild, Ramses 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir haben also ein paar Vorschläge und ich habe danach mich mal mit Sabrina, Sabrina mit mir, wie auch immer, in Verbindung gesetzt. Die hatte nämlich schon wieder Angst, als ich das Video hochgeladen habe. Kann ich gar nicht nachvollziehen, ne? Hier, muss ich Angst haben. Äh, dann habe ich ihr das aber erklärt, dass ich das irgendwie doof finde. Mich stört eigentlich die Null selber, dieses Null Ramses, weil wer wirklich einen sucht und gibt Ramses der Dicke ein, der findet ja nichts. Wenn ihr natürlich bei Null Ramses der Dicke als Spitznamen einfach Ramses eingebt und ihr gebt dann in eure Suche Ramses ein, dann erscheint trotzdem Null Ramses der Dicke, weil der Spitzname ja Ramses ist. Aber gut, so könnte ich mich auch Scheißhaus MC nennen und ihr gebt Spitzname Ramses, dann erscheint das trotzdem, wenn ihr Ramses eingebt. Also ihr müsstet ja nur wissen, wie ich heiße, egal wie ich heiße, schreibt Ramses dran und schon habt ihr sowieso da. Ramses der Dicke war schon vergeben. Frechheit. Dann habe ich die Vorschläge aus der Community auch hier mal ausgebreitet. Ramses der Dicke, also mit 3K. Ramses der Dicke mit dem Ad-Zeichen. Ramses der Dicke mit dem S. Sie hat auch nochmal gesagt, Ramses der Dicke mit 2K, aber die 2K groß. Da würde wenigstens der Name genauso sein, wie der Name ist. Nicht mit zusätzlichen Buchstaben oder Buchstaben ausgetauscht. Und weil viele trotzdem der Dicke immer mit CK schreiben, wäre der Hauptaugenmerk nochmal darauf gelegt, dass der Dicke mit 2K geschrieben wird, nicht mit CK. Dann habe ich mal probiert. Habe ja auch gesagt, dass das gut ist, wenn die 0 da steht, dass es dann ganz oben steht. Willst du eine 0 sein? Bei 1 wäre es genauso. Wenn ich eine 1 ranmachen würde, würde der Name ja auch ganz oben mitstehen. Obwohl, dann sind die 0er trotzdem noch vor mir. Sie hat dann auch noch vorgeschlagen, X. Ramses der Dicke, X. Dann habe ich ein paar ausprobiert. Und guckt euch das an. Ramses der Dicke, normal, funktioniert nicht. Ramses der Dicke mit 2 großen K, funktioniert auch nicht. Ist also auch weg. Warum? Wie viele dicke Ramses gibt es denn? Ramses der Dicke YouTube. Ich habe ihr das gezeigt mit X. Ramses der Dicke X. Ist zu lang. Dasselbe Prinzip mit Ramses der Dicke YouTube. Das ist zu lang. Weil 2 Zeichen sind zu lang. Also 1k würde wahrscheinlich noch reingehen. Bei meinem Glück ist das auch schon vergeben. Etwas kürzer, etwas kürzer. Dann habe ich es auch mal probiert, weil zweimal wurde das ja auch mit dem Ad-Zeichen vorgeschlagen. Es sind nur Buchstaben und Zahlen erlaubt. Ramses der Dicke. Das Ad-Zeichen funktioniert also auch nicht. Ramses der Dicke. Oder wie die 1, 3, 3, 7 Sprache geht. Also statt Buchstaben zahlen. Langsam gefällt mir die 0. Dann müsste man ja aber auch Ramses der Dicke heißen. Also dass jedes I eine 1 ist und jedes E eine 3. Sieht aber schon wieder richtig komisch aus. Sie hat mir dann auch gezeigt nochmal bei Trainertipps Nick, wie er das gemacht hat. Er hat einfach die Was ist denn das jetzt wieder? Die Vokale rausgelassen. Trainer. Bei Trainertipps Nick steht ja trotzdem da. Das kann man wenigstens noch erkennen, würde ich sagen. Also wenn ich das so sehe, lese ich trotzdem Trainertipps Nick. Was ich nicht erkennen kann, ist Mystic 7. Weil da steht Mystic 7 HWD Was ist HWD? Und dann vor allem Wieso Wieso ein L? Wieso nicht Wenn schon Mystic und dann 7 dasteht Wieso nicht ein I? Mystic 7 Wieso Mystic 7? Vielleicht Gab es den auch nicht. Hat Sabrina gemeint. Deswegen musste er das so Das wäre genau Also Ramses der Dicke mit 3K wäre noch offen. Ramses der Dicke mit einem großen N S wäre noch offen. Ramses der Dicke mit kleinem Der Habe ich noch nicht probiert. Das wäre hier Ramses der Dichte Aus Spaß, ne? Ramses YouTube Ist zu klein. Das wäre genauso dann im Endeffekt Wenn ich bei Mystic 7 ein L statt einem I mache Wenn ich mich Rumses der Dicke nenne Einfach ein ganz anderer Buchstabe rein Egal. Also ein Buchstabe passt Dann mach doch die Null nach hinten oder nimm eine 1 Ramses der Dicke 0 Hm Dann ist er aber im Alphabet wieder nicht oben Null Ramses der Dicke ist oben Eins Ramses der Dicke Ist das gut? Ist eine 1 besser als eine 0 die 1 für Original steht und für A Ja genau Bevor die 0 hinterkommt bleibt sie lieber vorne So wie aus der Null wurde Ramses der Dicke Ne? Eins Ramses der Dicke zum Mitnehmen bitte Ein Ramses der Dicke zum Mitnehmen Eins Ramses der Dicke Aus von 0 auf 1 über Nacht Dass der Ja genau Vielleicht ist die 0 gar keine 0 sondern ein großes O und steht für Original Ramses Der Dicke Fette Ja Aber naja es ist eine 0 Ähm Es ist Ihr seht es ist ein schwieriges Thema Ich habe immer noch keine Ahnung Ich könnte das immer noch testen mit 3K aber 3K Man schreibt einen ja nicht mit 3K normalerweise Ich finde es eigentlich ganz cool dass das so oben angezeigt wird Gerade wenn man bei Raids einladen will man muss nicht erst suchen man geht drauf und hat ihn direkt da stehen Wenn sich welche an der 0 stören macht man dann also lieber eine 1 oder ist die 1 genauso sinnlos ist die 1 besser Von 0 auf 1 über Nacht der Titel für dieses Video ich lasse euch nochmal freies Geleit ihr habt gesehen ich habe einige eurer Vorschläge berücksichtigt ausprobiert aber die gehen nicht Momentan heißt es immer noch 0 Ramses der Dicke wenn wir noch was besseres finden könnten wir das vielleicht umsetzen aber ich glaube ja sobald ihr als Spitznamen Ramses einfach dran schreibt normal findet ihr es ja eh unter Ramses egal was davor steht egal was danach steht das würde so ja hinhauen und mit der 0 zusätzlich ist es halt oben das ist ja jetzt kein Nachteil vielleicht habt ihr aber trotzdem noch Ideen ich bin mir immer noch unsicher deswegen habe ich gestern gesagt es ist ein schwerer Schritt jetzt seht ihr wir sind hier ich habe es gemacht aber ich bin mit der Entscheidung noch nicht ganz zufrieden irgendwie dass nicht einfach nur Ramses der Dicke ging und auch nicht mit zwei großen K vielleicht einfach alles klein schreiben Ramses der Dicke alles komplett klein einfach scharf war ja auch alles klein geschrieben vielleicht sollte ich aufhören so viel über meine Namensgebung nachzudenken und einfach wieder mehr Pokémon Videos raushauen aber lasst euch überraschen in Narad gibt es noch eine richtig fette brutale Ankündigung schon zur Vorbereitung für die 3000 Abonnenten für das 3000 Abos Special wir wollen jetzt schon Vorbereitung treffen dass das das fetteste krasseste wird was ihr je hier gesehen habt ich habe nämlich auch schon fleißige Videos jetzt vorproduziert fürs Wochenende wo ich nicht da bin wenn ihr wirklich noch Vorschläge habt so wie diese zwei leckeren saftigen Hamburger ich rieche jetzt schon das Wochenende und den Aschaffen Burger ich sage es euch den Aschaffen Burger nicht nur den normalen auch den Deluxe 10 Scheiben Fleisch 10 Scheiben Käse werde Video machen auf jeden Fall wenn ihr wirklich noch Ideen habt schreibt es bitte rein oder bestätigt nochmal dass die Null ganz in Ordnung ist ich weiß es nicht ihr wisst es ihr wisst ich richte mich immer viel auch nach der Community lasse mich da gerne beraten nehmen Wünsche an und Anregungen Kritik sonst was aber jetzt habe ich Hunger der Burger sieht so gut aus das war es von meiner Seite aus wir sehen uns nachher nochmal kurz bis dahin peace out vorhaut euer Ramses bis dicho chyn chine zu todo mit hast Vielen Dank.